Hallo, wir sind das Proyecto Imaduro, das ist Spanisch und heißt auf Deutsch das Unreife Projekt. So haben wir uns genannt, weil wir uns am ersten Tag direkt zusammengefunden haben. Unseren ersten Song nennen wir auch Das Erste Mal, wo man ja auch ein bisschen aufgeregt ist, wie wir jetzt. Wir kommen aus sehr verschiedenen Ländern und bringen einiges an verschiedenen Elementen zusammen. Dieser Song ist ein bisschen lateinamerikanisch angehaucht und wir haben die Angewohnheit, das kann ich sehr empfehlen für alle, eine Emo-Runde am Anfang von unseren Proben zu machen und dabei festgestellt, dass wir im Kulturbereich sehr viele sind und dass die Solidarität, die wir potenziell haben, auch dazu führen kann, dass das wieder nach diesem Corona-Lockdown eine bessere Zeit anbricht. Insofern spielen wir jetzt den Song Primera Vez und das Proyecto Imaduro. Insofern spielen wir jetzt den Song Primera Vez und das Proyecto Imaduro. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020